Janik! Jo! Alles klar, die haben euch mit der Arme aus! Was haben die gemacht?! Reis! Oh, heis! Ladies and gentlemen, Sven freut sich über die Happy Hour! Willkommens an der neuen Folge Warzone mit den guten Drassenen! Happy, Happy Hour, na na na! Boop, 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 boop! Ich hab's nochmal umgestellt! Man kann's jetzt alle vier, 20 Stunden umstellen! Jetzt hab ich's nochmal umgestellt! Kada, 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 kada! Alles klar? Und springen! Springen! Boop, nach Hills, oder? Boop, springen! Oh Gott, wir sind so viele! Wir können auch nach Park! Wir können auch nach Park! Wir sind so viele! Mir ist ja egal! Noch können wir nach Park! Park ist für einen ganz gut, für drei nicht! Versuch wir... Ne, komm, wir gehen nach Hills! Versucht mich da gerade einer abzuschießen, oder ist halt... WTF? Ne, weil die ist einer, das fällt! Weil die ist safe! Ich schieße auf niemanden! Ich... Obwohl, über dir ist genau jetzt einer! Der da? Oh, muss anlaufen! Oh, scheiße! Hui! Okay, komm! Links von dir! Ja, Hills ist nicht gut! Ja, nach Hills... Drasson, aufpassen! Bei Hills, da kommt auch einer runter! Ja! Weil jetzt kommen einige runter! Oh! Okay, Drasson! Der ist bei dir im Nachbarhaus! Im Nachbarhaus ist er! Ach, ihr seid beide? Ja, ich treff ihn natürlich nicht! Ich hab ihm die Rüstung genommen und treff nicht! Ne, dann... Sammeln wir mal Geld, ne? Ja, Sammeln wir mal Geld für mich, ist das gleich brauchen! Wie? Keine Waffe hier? Also ich hab ihr gesagt, Pomenade ist mir noch bewusst nicht! Natürlich... Könnt ihr noch Random Office haben? Ne, ne? Ah, ich nicht! Okay! Dann geh ich mal weiter! Revolver-Runde! Geil! Bin raus! Ah, dann machst du jetzt! Ne, hier geh ich nicht raus! Jemanden? Also nicht mich! Hab ich mir genau den Gedanken hatte ich auch! Oh, er drückt mir ein Headdy! Mit dem Revolver! Direkt! Sven, lass zusammenlegen! Dann können wir ihn wiederholen! Ja, okay! Ah, ist klar! Hey! Oh! Oh! Sven, sammeln wir mal Geld, dann kannst du mich wiederholen! Alter, was ist los mit euch?! Oh, man! Kann man Prater spielen! Oh Gott, ey! Okay! Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott, ey! Okay, hier mal! Gut! Oh nein, 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 nein! 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 Ich wollte grad sagen... Er kriegt eine Pistolenrunde! Wie mies ist das denn? Ich wollte... Was, wenn wollte ich grad sagen? Und dann verkackt er die Pistolenrunde. Oh nein! Oh Mann! Oh Mann! Wiedereinstieg anfordern! Sven! Wiedereinstieg anfordern! Sven, ich sag's mal so, dir ist niemand böse, wenn du jetzt auf Platz 1 holst! Alle Augen sind auf dich! Oh nein! Riechenwäuber! Oh nein! Jetzt bin ich schon verblüht! Ja, bei dem Spieler! Rechts! Mitte! Masse! Nein! Nein! Und hält sie gedrückt! Ich sag's mal so, wir sehen uns in der nächsten Runde nochmal! Bis sofort! Oh Mann! Neue Schaden, das ist schon schwach. So, Leute, wir sind wieder da. Geil, in der Farmland. Geht's jetzt? Alles kann nur gut werden. Ich sag's mal so, in letzter Zeit läuft bei mir gar nicht mehr bei dem Spiel. Und ich hab auch einen dezenten Hass auf das Game entwickelt. Was? Ja, weil nix mehr läuft. Da kommst du gar nicht drauf. Wann läuft denn nix mehr? Was? Aua! Nein! Oh, come on! Einzige, was läuft, ist bei mir die Nase. Oh! Corona is coming, oder was? Ja. Endstartung. Kontakt, 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 Kontakt! Okay, jetzt haben wir das Spiel. Ich bin bei Lumber gelangt. So direkt bei NB1 spielen. Start mit dem Truck und bin weg. Tschüss, Leute! Hier gibt's nix! Nichts! Bei mir ist nix mehr Müll. Bei mir ist nix mehr Müll. Da ist nichts! Was hab ich denn jetzt bekommen? Nichts! Nichts! Oh, natürlich. Okay, bei mir ist ein Spieler, Leute. Ja, bei mir auch. Bei mir ist ein ganzes Team. Bei mir ist gar nichts. Weder Rüstung, noch Waffe, noch Gegner. Einfach nichts! Nein, du blöde Stück! Kothaufe, du! Bruna! Ach, das ist doch Kotze hier! Warte, ich spiele, 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 ich spiele. Das ist richtiges Tier. Gehen wir das farmeln, farmeln Sick Boys. Findest du? Findest du? Oh, man. Ich hab abzureffert zu gehen. Na, mach einfach. Sven, du musst ne spannende Sicht bieten. Meinen ist grad kacke. Ja, ne. Und die sind dann doch beide dran. Sven muss auch spielen. Sven muss krass spielen. Boom, Junge! Ich hab mal Gulag gewonnen. Guter Junge. Guter Junge. Jawohl. Was war das jetzt Rassort? Ich glaube, ich hab, ähm, Gulag nicht mehr gewonnen, seitdem der Patch kam. Ja, das war auch mein erstes Mal seit der Patch. Wie teuer ist wieder, Billy, nochmal? 4-5. Easy. Ich komm zu euch, was ich es schaffe. Also einer lief auf jeden Fall da schon rum mit Sturm. Wow, 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 wow! Oh, das hat ihr in den... Was? Ich hab... Leider kann nur die Hälfte an Sven. Alter. Vor allem, er rennt direkt auf mich zu, bis wir uns gesehen haben. Ja, ich dachte erst... Ja, das hat ihr noch. Und wieso schießt ihr auf mich? Oh, und da ist noch einer. Oh, shit! Ja, irgendwie wissen wo wir sind. Alles klar, ich locke hier zu euch. Macht ihr, Jungs. Hä? Wo, wo... Wo sind die? Wo ist was? da wo ich markierte was markiert welche farbe ist blau da waren die zwei stück du meinst du wie der okay ich kann irgendwas sehen wie in der sonne ok der eine kommt zu mir wir sind im gleichen haus da kommst du mir ich liege ich liege wie du liegst ich bin ganz ehrlich ist das die erste runde und die zweite runde erste glaube ich also meine aufnahme geht 11 minuten gulag gewonnen bam 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 alter also sven holt die runde ich hab ähm ja du machst das jetzt ich hab revolver ok wo bist du dahinten wie wo bist du achja du bist ja tot der eine ist im urlaub der andere ist tot wo bist du hast du mir grad besucht na kopf wenn du wirst von mir dann hast du tötet ja das suche ich dann schaust du der ist kacke jawohl jawohl ich hab mich schon die fresse verliert ja na kopf wurde glaube ich genervt wahrscheinlich ich musste ihn dreimal treffen oder so wie teuer hat er mal wieder beleben ich hab jetzt drei vier 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 nein draston magst du mir dein geld entgeben dann holen wir jannik zurück holen das lieber für sinnvolles eine gasmaske oder so nee nee komm irgendwas irgendwas holt euch dieses schildgeschütz das komm ich hol jetzt jannik ganz ehrlich wenn wir das schildgeschütz irgendwo aufstellen und ähm und einfach alleine stehen lassen ist es produktiver als mit drei zusammen haben oh gott hihihihihi huhouahahah wofür genau hab ich das mein geld gegeben Leute, warum? Wie weißt du? Das kommt von allen Seiten wieder, ich bin wieder zwischen 2-6 geworden. Ah, Leute, ratet mal. Das war geil. Scheiße. Sven war der krasseste. Leute, das macht echt keinen Spaß. 4, 3, 2, 1, Leute, hey, zweite Runde. Hey, ja, zweite Runde, yeah. Vielleicht zum Weitergeben. Damals war alles gut, als wäre noch Truppführer. Wie? Wollen wir das nicht einfach so machen? Ich tue jetzt das Fallschirm einfach nicht ziehen. Klatsch voll auf den Boden, ihr holt mich nicht mehr wieder. Wow, also so fangen wir jetzt gar nicht an, ne? Nicht, wenn ich Truppführer bin. Wie? Ja, dann können wir ja auch Klatsch aufgeben. Weißt du was? Lass es nicht hier jetzt einfach. Ich hab da kein Wort mehr drauf. Nein, nein. Jetzt waren wir falsch immer abgedreht. Tschüss. Fast in die Garage rein. In die Garage rein. Selbst das Team spielt schon intern gegeneinander. Ach, guck. Oh, leu. Bei euch, zwischen uns sind 3 Leute. Alles klar. Könnt euch. Sven rechts von dir. Oh, nein. Nein. Bei mir ist einer. Der hat aber keinen Schlitt mehr. Aber ich hab seinem Kollegen. Oh, oh. Ich hab schon mal einen Kill. Nicht auf mich beschießen. Ja, nicht auf mich beschießen. Nein, nicht auf mich beschießen. Lalalalalala. 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 Hallo. Hi. Hä? Hier wird doch keiner keiner. Hände jetzt rein, Leute, Sven. Rechts auf die Tacht. Okay, ich bin tot. Boah. Der hat ziemlich ernst genommen. Ich bin tot. Zwei aufm Dach. Zwei aufm Dach. Oh, du Scheiße. Ja, Gulag, wa? Ich bin in zwei Runden dran. Ich bin grad. Ich kämpf grad. Der läuft jetzt rechts lang. Wieder im Spot. Er ist selber geblendet. Mitte. Er ist links an dir. Ja, und ich hab gekackt. Scheiße. Bitte ran. Alles klar. Wieso bist du hierher dran jetzt sehe ich? Weil ich geil bin. Aber wenn du verlierst. Schiebung. Nein. Okay, ich bin dran. Gut. Komm, mehr in den Fotzen. Bein in den Fotzen. Yeah. Er hat dir wieder einen Nahkampf-Kill gemacht. Ich bin alt. Alles klar weg. Boah, ist das laggy grade. Okay, ich bin dran. Gut. Sein Bein in den Fotzen. Komm, mehr in den Fotzen. Yeah. Yeah. Er hat dir wieder einen Nahkampf-Kill gemacht. Ich bin alt. Boah, ist das laggy grade. Alles klar weg. Oh, scheiße. Ich bin geblendet. Ich bin geblendet. Geblendet. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich hab das verdammt. Okay, Leute. Ja, Mann. Ich hab gewonnen. Obwohl ich geleckt habe und geblendet war. Ja, du leckst doch uns. Komm, ist echt das Beste. Scheiße. Ja, du leckst die Telekom. Janik, ich bin über dir. Hallo. Mach Fallschirm auf. Wir bleiben einfach hier oben und überleben hier. Ja, okay. Wir werden jetzt Vogel- wir werden jetzt Vogel- wir werden jetzt Vogel- wir werden jetzt Vogelmenschen. Jau. Vogelmenschen. Jau. Bist du jetzt hier runter oder was? Ich werd jetzt mal aufs kurz schafften. Warte, lass hier weiter mit. Warte, war jetzt da? Da hast du noch die drei Häuser mal aufs kurz hoffen? Ja, komm, lass machen. Außer Glück auf jeden Fall. Ich hab ein Wurfmesser. Geil. Yeah. Geil. Hier ist ja gar nichts. Und das Ding ist zu, oder was? Ach, komm. Es ist jetzt eins von drei offen, oder was? Da war ein Wurfmesser drin auch. Können wir nicht einmal wieder Predator aufnehmen? Was ist das denn für Beschiss hier? So ein bisschen Lobbyrunde und fertig. Das ist doch Witz, ist das doch. Sven? Ja. Sven, ich hab nen Plan. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein Auto. Roadkill. Genau. Okay. Wir machen Roadkill und dann loomen wir den Kill. Dann haben wir Ausrüstung. Easy. Gut. Gute Fahrt. Easy. Und ich kann nicht rausfahren. Gut. Genau. Wir machen das jetzt. Ab nach Farmland. Ich glaub wir fahren jetzt so lange hier rum, bis einer hier rauskommt. Oh! Sag ich ja! Ich wollte grad sagen, ich hab's Gefühl hier ist irgendwie niemand, aber doch. Ich glaub der hat aus dem Fenster rausgeschossen. Oh! Ja? Ausgefessert. Oh! Ich bin fast tot! Ja, wir bin echt oft weggefahren erstmal. Lass das Lampa da, ist bestimmt besser. Oh! Da ist ein Sniper. Ne Lampa ist nicht gut. Ist super! Ist super Yannick! Ja, lass das Stadion. Da ist bestimmt keiner. Ja, du wart beim Stadion! Da ist bestimmt keiner. Da hat er hier gekommen! Shhhhhh! Ich sag dir mal Parkes! Das ist mein neuer Lieblingsort im Solo. Zeig ich dir mal. Okay, okay. Alles klar. Da ist ne Heli hinter euch her. Nein! Nein! Der dreht euch hinterher! Nein! Oh, come on! Wir haben nichts getan! Links ist Parkesfeld! Cool, ne? Weiter geht's! Was? Ja, aber das ist nicht klar! Woa! 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 Yannick! Yo! Alles klar! Die haben euch mit der Arme aus dem Heli abgeknallt! Was haben die gemacht? Aus dem Heli abgeknallt! Oh mein Kind! Was ist denn das denn? Oh, voll Ashen auch immer! Hängen wir da ne Runde dran oder ist das mal ein Ende? Ich hab keine Ahnung was ihr wollt! Woa! Ich hab heute nichts mehr ey! Happy hours, Ben! Ja, okay! Einmal nur noch! Einer geht noch! Wenn wir noch ne Runde dran, also wenn es Folgenende ist, dann heul ich jetzt so! Und wenn wir noch ne Runde dranhängen, dann heul ich nach der drangehängten Runde! Alter! Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge! Einer nehmen wir noch auf! Haut rein! Ciao! 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 Ciao!